Moin, ich bin der Günther, ich komm aus dem Hör, Bruder. Kurzes Infovideo mal wieder, es ist im Moment einiges los auf dem Kanal. Ich bin gerade von ungefähr einer Woche, die ich weg war, zurück. Ich hab bemerkt, der Kanal ist trotzdem gut gelaufen in der Zeit, irgendwie 10 Abonnenten, Alter. Läuft, danke dafür. Und es wird innerhalb der nächsten Wochen sehr viel kommen, auch neue, frische Sachen. Es wird cool. Unter anderem ist geplant, wieder mal eine außerhalb stehende, sag ich mal, Walross-Edition-Folge zu machen. Auf Deutsch einfach eine Folge mehr der Walross-Edition 4 nächsten Montag. Ich hoffe, ihr seht das hier noch Donnerstag. Es wird ein 10 Fakten über die Walross-Edition-Video kommen. Es wird ein Review kommen. Es wird ein neues Coopercastle-Tournament, meinem Meinung nach mit Abstand das Beste bisher videotechnisch, kommen. Und es wird ein Q&A kommen. Vielleicht wissen wenige von euch, dass ich schon mal versucht hab, ein Q&A zu machen, während ich Mario Odyssey Let's Played hab. Ist schon einige Zeit her. Ist es schon drei Jahre her? Kann sein. Auf jeden Fall hatte ich's da schon mal versucht. Ich hatte gerade irgendwie die 50 Abonnenten und dementsprechend hatte ich eigentlich auch keine Fragen. Inzwischen gibt's ein paar Leute, weiß ich, die meine Videos regelmäßig gucken, die vielleicht Fragen haben. Und die werde ich dann auch gerne in eben einem kleinen Q&A-Video beantworten. Also, schreibt eure Fragen gerne in die Kommentare. Ich werde sie dann in einem Video beantworten. Ihr könnt ruhig auch mehrere Fragen stellen. Es werden sowieso nicht so viele mitmachen, denke ich mal. Fragt, was ihr wollt. Ob ich's beantworte, kann ich noch nicht sicher sagen. Und die paar Sachen, die vielleicht gefragt werden können, will ich gleich mal im Voraus hier nehmen. Name Günther. Ist der echt? Nein. Echter Name? Auch nein. Wohnort Hessen. Was gibt's sonst noch? Alter 16. Und ja, falls irgendwen Geburtstag interessiert, 16. März. Sonst, jetzt wisst ihr die paar Infos. Ihr wisst, was ich davon verrate und was nicht. Alle möglichen anderen Fragen könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Auch wenn ihr das irgendwie seht und das Q&A ist schon online. Ich beantworte Fragen in den Kommentaren eigentlich immer. Ihr könnt auch auf dem Discord-Server joinen, wo es ebenfalls einen Channel für Fragen gibt. Der Discord ist ganz oben in der Beschreibung. Die Valros-Gilde. Und ja, wir sehen uns hoffentlich bei den vielen Videos, die in nächster Zeit ausstehen. Bei vielen coolen Dingen und allgemein bei zukünftigen Videos. Bis bald und ciao. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank.